Wenn wir jetzt versenden, ein Stück können wir auch noch, und zwar zum Lieblingszug, zu finden, auch in der ersten Reihe, wenn wir auch das nicht mal in der Kassel-Kasse tun. Ich glaube, wir auch gleich haben, wenn wir jetzt noch mal von meinem Herzen brauchen. Na ja, das war das Stück, das wir jetzt spielen. Das ist von der frühen Fliegelbemeng, ein anderer Klassiker. Peter, du bist Fliegelbemeng und es ist schon kein Salvatras. Ja, ja, ja. Viel Spaß. Danke fürs Rund und schönes Abend. Ja, ja. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018